Ich möchte nicht zu Lazarus werden, das ist jetzt auch noch ein bisschen Raum. Was ist das mit meinen Superbomben? Ui. Hmm, ich krieg fast so ein bisschen so was auch. Komm her! Das ist so ein bisschen geil und so ein bisschen komplett scheiße. Ich bin die beste aller Item Kombination rausgekommen. Oh, richtig. Dort, Laserstrahl. Ich hasse Laserstrahl, wenn ich sie nicht habe. Das Kleben der Bomben? Noch eine. Hier in der Hölle oder warum sind wir der Dämonen? Was sagen wir sind in der Hölle? Ich bin in der Hölle gelandet. Die Zuschauer sind hier überall. Schrecklich. Das ist jetzt auch nur so semi-geil. Schnell mal die Flamme hinweg machen. Ah, da war noch was. Ich werde auch aufsparen sollen. Das wäre vielleicht ganz klug gewesen. So, öffne ich die Jail-Free-Karte Türen wieder. Ich hoffe es mal, weil sonst würde ich jetzt gleich irgendwie ein sehr sehr dummes tun. Wollen wir doch nicht mal ein halbes Herz rumlegen. Gut. Ich habe keine Schlüssel mehr. Ja geil. Natürlich jetzt. Habe ich natürlich bedacht, dass ich keine Schlüssel mehr habe. Das ist jetzt... Bist du mir noch einen Schlüssel? Gib mir mal einen Schlüssel. Drop doch einfach mal einen Schlüssel. Ach Gott. Ist ja eh. Schlüssel. Ah! Ihr seid keine Schlüssel. Ihr seid keine Schlüssel und ich kann mich auch nicht aufsammeln. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Schlüssel. Das ist auch kein Schlüssel. Äh. Es liegt auch keiner mehr rum, ne? Fuck. Fuck. Keine Schlüssel. Ich hasse es. Es gibt nur kein Schlüssel-Spiel. Hallo Satan. Auch das ist gut. Ohah. Ohhhhh. Ja, ist mein weises Herz weg. und da ist er tot das ist vorm nummer 2 tot immer mal ein paar bomben und sterben dann mal vielleicht sterben wir auch nicht, aber wir chargen einfach mal vorbei wir legen noch ein paar bomben und könnten das zu mir selbst ich habe geboren, easy, Guardian Angel, hey Moment, es geht nicht weiter, aber ich habe noch das negative, aber doch klar geht es weiter Guardian Angel is up here in the basement, na geil, mal daraus freigespielt so Darkroom einmal Müll lauers Herz ist jetzt auch nicht soo, das ist nun plus untere und nochmal spiel ich hasse es oh ja ich will natürlich direkt in die Bomben rein, klar also in die Stigetienes ich habe keine Schlüssel mehr, das ist zum Kotzen in der Kiste ist wahrscheinlich noch richtig viel gutes Zeug drin ich krieg nichts mehr, weil ich keinen Schlüssel habe ich wollte mir Schlüssel kaufen sollen ich konnte glaube ich gar nicht mehr Schlüssel kaufen so ich sehe jetzt nicht, dass ich es dass ich den auch noch besiegen heck das Soll ich mal ein paar benutzen? Vielleicht bringt's ja was. Danke. Ich brauch keine Kisten. Ich brauch Schlüssel. Mr. Rex. Ein paar Herzen mach ich auch mal da so lang. Du bombs in your bombs. Oh mein Gott, ich hab's auch noch mitgenommen, ich idiot. Klar, warum nicht? Ja, warum? Ich brauch Schlüssel. Schlüssel. Na, nicht du. Vielleicht muss ich hier plötzlich gehen. Ich möchte dich, ja. Ich hab die bombs in den bombs vergessen. Ja, es ist vermutlich nur da sind Schlüssel, eine Bombe in den Kisten. Blast Damage, hey. Wer jetzt hätte das kein Damage mehr durchbomben, nehmen wir das echt geil. Oder mich durchbomben, mal heile. Ich geh mal nach unten. Das war schon mal ne falsche Idee. Oh Gott, ich bin gleich tot. Hilfe, das sind Bomben in Bomben. Ich hab' nur noch einen Treffer. Oh, alles Herz, geil. Nein. Das hab ich gerade gerettet. Ja, Moment, ich bin noch Lars, das kann ich noch werden. Aber da hab' ich dann wohl auch noch einen Beläuers Herz, ne. Nicht sonderlich viel. Das hält's auch, glaub ich, nicht mehr als Magi ran, sondern als Lazarus ran. Lazarus hab' ich dann, der war ja auch noch nicht besiegt, ne. Das wär' wirklich so irgendwie Pyromaniac, richtig, richtig geil. Das krieg' ich. Scheiße. Ah. Mit mal Ivarus da, seh' ich gerade. Hier, Bomben in Bomben. Ah, ich hab' den. Schnell, die Feuerwehr auf mich schießen können ausmachen. Oh, Blumet. Das ist jetzt schon richtig, ja, nützlich fast schon. Ah, bloß brauchen wir meine Bomben, meine Bomben noch mal auf. Damit meine Bomben in Bomben, also meine Bomben in den Megabomben, noch mal besser bomben. Das müssen wir auch noch hier so stinkt machen, ne. Ja, ha, geil. So, was ist denn da drin? Glaubst du noch irgendwas Gutes? Bist du das an dem Brennernstar? Weiß ich doch nicht. Was was sagen? Ist nichts gesagt? Ja, toll. Laure goldene Kisten und keinen einzigen Schlüssel. Ach. Nein, ich bin tot. Ich bin nah zu los. Ich hab' einen Treffer. Öff. Einen Treffer. Nein, und da bin ich durch. Scheiße. Ich hab' ich wirklich schon alles verrückt. Wie lange hab' ich dafür gebraucht. Silber war ihm noch Megasatan. Bossrash ganz nach unten. Oh Gott, sie puft bloß nicht. Samson. Ich hab' ich auch schon alles. Lazarus, hab' ich jeweils als erste Stufe. Vielleicht sollten wir mal Lazarus von Anfang an spielen. Spielen wir mal eine Runde Lazarus. Ach, einfach mal eine Runde Lazarus spielen. Puberty. Ja, weil. Sieht das so ungefähr so aus, wie ich mich fühle. Ist das üppig? Ne, Chemiker Peer. Ich dachte, das wäre was Gutes. Gott sei lost, muss ich hab' ich noch gar nix. Ich hab' den Lilith schon einmal nach ganz unten geschafft. Wie hab' ich das gemacht? So, fangen wir einfach nochmal an. Curse is amazing. Oh, super lustig. Ja, geil. Oh Gott. Die Matisse ist toll. Tolle Wurst. Immer nach oben zum Schlüssel. Itemraum. Itemraum. Ist er dem ersten oder ist er dem zweiten Brains lang? Oder hab' ich drei gemacht? Das ist kein Itemraum. Es wählen die Items. Meine eigenen Gegner jetzt mitnehmen, ja, ja. So, mal gucken, wie jetzt in den Itemraum. Oh Gott. Ach nee, das ist die. Das ist ja auch wieder scheiße. Gibt noch mal was Gutes. Wir starten einfach 20 mal neu. Und irgendwann werde ich noch ein Curse is lost. Ja, geil. Ah. Okay, dann lassen wir da ständig ein Neustart. Nein, nicht Eden. Okay, jetzt spielen wir offensichtlich mit Eden. Nein. Moment, hat die Shielded Tears? Die muss ich noch rum. Die hat Shielded Tears. Oh, sie ist mit Shielded Tears. Oh Gott, zu beendet. Oh, Shielded Tears, Jungs. Die startet da, wo der letzte dann auch ein Handy kann's. Gut, jetzt hab' ich auch einen Eden-Token verbraucht. Das heißt, ich kann jetzt nicht wieder neu starten, sondern scheiße, dummer. Das ist nicht unbedingt der schönste Zwischenboss auf den Anfang. Oh, hey, Shielded Tears. Oh, ich brauch mal ein paar gute Items jetzt. So ein paar richtig, richtig geile. Der ganze Raum ist voll mit meinen Tränen. Kombination brauche ich jetzt heute. Das ist jetzt schon viel schon. Wenn ich denn überhaupt diesen Raum würde leben. Sicher bin ich mir da nicht. Fick dich doch. So fick er sich. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben, dass ich noch mal etwas finden werde. Wieso schaffen es die immer wieder einzusperren? Komm schon. Sterb doch mal, irgendwelche kleinen Mistfincher. Das ist überhaupt irgendeine Beschränkung für Eden, was die für Items am Start bekommen kann. Oder kann die auch Brimstone zum Start bekommen. Den Raum möchten wir jetzt bitte nicht wiederholen. Das wäre ganz geil. Ich will ein Itemraum finden. Noch runder muss ich mit ihr, ne? Jetzt stirb doch einfach mal. Danke. Ja, mit dem muss ich auch noch runter. Super, der muss ich mit dem auch noch machen. So, ich habe ja hier Fernzünder. Oh, Fernzünder. Da könnte man schöne Sachen mit Bomben machen. Da kann man nicht schieben, so ein Dreck. Serious Papel. Wenn ich doch irgendwie wüsste, was diese Itemraum machen. Aber das wusste ich noch nie. Lass mich auch noch überraschen. Lass mich auch noch überraschen. So, komm schon. Trollbomben. Kann ich leider nicht zählen, ne? Das wäre auch toll sein. Hm, auch nicht. Die Trollbomben funktionieren würde. Mhm. Bossrash hatte ich auch schon lange nicht mehr, weil ich halt einfach scheiße und ein Ende spiel. Oh, bloß hat es sehr gut. Oh. Oh. Ja, bloß hat es sehr gut. Ja, bloß hat es sehr gut. Eine Pille. Nee, nee. Äh, nicht nicht. Bist du X-Ray? Naja, besser als gar nichts. Damit kann ich jetzt dich sein. Ich kenne hier eine von den Pillen schon. Ich mache jetzt keine Experimente mit den Pillen. Wirklich nicht. Oh. Oh. Hm. Was war das wieder? Das war... So, das war einfach nur... Das ist... Hm. Könnte vielleicht ganz gut sein. So, jetzt will ich schon durch Wände gucken. Kleine Kanoos in der geheime geheimen Raum... Für Leute, wüssten wir doch schon mal wahr. Nein... ist jetzt nicht unbedingt das mega geile item ich habe ja nur begrenzt geld mein double shot wäre mir lieber gewesen aber ich kann jetzt durch alle wände schauen ich sehe glaube ich auch einen zwischengegner im raum sein ja also wenn ich die runde sehen oder was ich gerade nicht tue endlich mal grad fliegende tier tier tastisch da ist das was ich suche ein schwarzes herz ja geil gibt mir bloß nicht so viel spiel hast schon recht bloß nicht so viele gehen auch die über fleiß wirklich moment aber ich brauche jetzt gar keine bomben mehr weil ich komme jetzt in die räume auch ohne bomben rein schild tiers bisher aus ab jawohl doch so als die erste etage doch doch das könnte was werden natürlich so ein bisschen aber sich jetzt nur finde da muss man auch einen schlüssel sehe ich gerade das ist egal naja spielt nicht das ist der boss raum item raum noch ein schlüssel hast du schlüssel für mich blaue herzen sammeln wir erst mal eine wand davon oh gott in die ecke soll das nicht irgendwie auch explodieren ich baue noch einen schlüssel kommt schon wenn ich so ein gegnern schlüssel ich will der kann mich doch mit seinem trainer gar nicht treffen ich rein ich gehe rein ich bin noch weit oben da kann das laufen wunderbar hat sich fast schon gelohnt schlüssel schalüssel brauch ich immer noch schon der alten brau und ich habe immer noch keinen schlüssel schlüssel bitte schock mir doch mal einen schlüssel du wirst kack spiel so zum türen aufschließen du weißt schon das ist kein schlüssel ich komme nicht in den raum leck mich doch du dummes moment